Ich bin Michaela Stadumann, komme von Bochs. Ich bin Präsidentin des ersten Hörntal-Tags, wo dieses Jahr Zufika ein Fest stattfindet. Weil ich Präsidentin des Hörntal-Tags bin, findet er in zehn Tagen statt, wo wir mit den Kulturgesellen eine Kulturtour und ein Dorffest organisieren. Im Weili-Sauer-Bot kommt eine kleine Vorschau. Im Mann würde ich die Anton-Kronenberg-Stiftung in Dammersälen empfehlen. Dort durfte ich als Einheimische auch etwas dazulernen. Er als Auswertiger weiss noch gar nichts davon. In den Kindern würde ich Schützenhäuschen in Bochs empfehlen, wo die Navo und der OVOL sind, wo ganz viele Aktivitäten für grössere und kleinere Kinder sind. Ich hoffe doch, dass ich am Fest noch eine Sequenz der «Bettys and the Surf Manias» hören und mit meinen OK-Gespändchen mit einem Bierchen auf diesen Tag anstossen. Kronenberg-Stiftung Kronenberg-Stiftung